Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem Artikeltest. Heute testen wir mal die Pfeif-Rakete Kaliber B mit drei Stufen Silbercrackern von Funke. Ja, die 10er-Packung hat eine Gesamt-NEM von 50 Gramm pro Rakete, haben wir in der NEM von 5 Gramm. Gekauft habe ich die Raketen für 4,79 Euro bei der Feuerwerksvitrine. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, geht's jetzt weiter mit dem Test, danach gibt es noch mein Fazit. Viel Spaß. Funke Pfeif-Rakete Kaliber B mit drei Stufen. Viel Spaß. Wir machen mal gleich noch eine. So, Funke Pfeif-Rakete Kaliber B mit drei Stufen. Ja, kommen wir zum Fazit. Also, mir haben die Teile richtig Spaß gemacht, der Silberschweif-Aufstieg war kräftig, der dreistufige Crackling-Auswurf hat mir auch gut gefallen und auch der dreistufige Heulton war echt laut. Was ich an den Raketen ganz besonders cool finde, ist, dass sich die Tonhöhe von dem Heulen von Stufe zu Stufe, sag ich mal, verändert. Auch die Brenndauer ist, finde ich, vollkommen in Ordnung, wobei der zweite Heulton meist ein kleines bisschen kürzer war als die anderen beiden. Insgesamt ein sehr spaßiger, guter Artikel.